Willkommen liebe Clasher bei mir im Thorsten Agatoto beim Clan ja ihr seht das hier ich bin im Clan Pasha Prime da bin ich jetzt schon ein paar tage mit meinem Rathaus 10 also was heißt ein paar tage ich glaube da habe ich jetzt schon ein zwei drei Clankriege mitgemacht habe aber jetzt die ganze zeit keine folgen aus dem account gebracht hier und ihr seht hier bzw ihr habt ja sicherlich mein thumbnail gesehen da hat sich wohl jemanden Spaß erlaubt worum es da geht ich werde es euch erklären aber erstmal gucken wir uns hier ich glaube es ist der einzige 10 auf 10 oder 10 auf 9 Angriff ganz ganz unheimlich aber egal es geht hier mit Walküren durch die Base durch die auch nicht so wirklich stark ist also Flächenschaden ist super schwach die Infernus auf dann die Infernus die X-Bogen auf 1 und die Teslas ich kann es gar nicht beurteilen sind glaube ich auch nur auf 1 also hier macht diese ganze Base nicht wirklich Schaden hier für den Levi aber ist egal drei sind drei und wie auch immer gemacht kann auch mal nicht so toll laufen aber ich glaube in die Base ist hier unserer Gegner da konnte die Truppen einfach so rein ballern wie man gerne möchte so wie man gerne Lust hat so ganz frei Haus hoch ich nehme eine Truppe und darauf auf die Ws ja ist ganz ganz witzig aber ich werde euch zeigen also erstmal die drei Sterne hier sind sicherlich ganz nett und wir sind ja schon auf 10 auf 11 ich glaube es waren 20er CK die wir hier gemacht haben aber mal schauen wie das hier weitergeht hier haben wir den Freddy 10 auf 10 aber ich muss es auch anstarten ich Schlauberger aber also Freddy 10 ja ist es ein 10er ja zwei Heil drei Wutzauber das sind schon mal fünf normale Zauber damit ist dann er hat 10er und auch mit den 5er Valkyren und dem 5er Golem outet er sich auf die 9,5er Base hier auf die 9,5er Base gucken wir mal wie er das gelöst hat 9,5er Base sind nicht immer sind nicht immer nett zu schlagen denn in der Regel haben auch diese 9,5er hier außer dass sie zwei Inferno Türme weniger haben und ein X-Bogen in der Regel weniger dieser Kollege hier auch haben sie trotzdem alle Fallen vor allen Dingen drin und haben meistens Max Teslas das schockt ich finde das schockt irgendwie kein da muss man sich überhaupt keine Sorgen rum machen dass das die einem großartig wehtun und die Valkyren hier schön reingespampt euch fällt sicherlich was auf vielleicht fällt es euch auch nicht auf aber ich werde es euch am Ende denn gerne verraten falls es nicht gesehen wurde also hier geht es jetzt mit dem Valkyren Bola und Riese viel zu spät geschickt aber naja besser geschickt als zu spät beziehungsweise gar nicht geschickt und die meisten der Bola sind jetzt glaube ich nur noch zwei Arne es sind doch noch alle da die haben sich getrennt da oben okay mit den Heilern hier aber noch in Unterstützung die Queen mit dem King also ein bisschen langweilig muss ich sagen war es ja auch schon oh das war eine Level 1 Riesenbombe ich glaube da hat es nicht einen einzigen Bola zerrissen sondern nur einen Magier schön gemacht hier Freddy 7,8 ich finde ich oder ich fand diesen CK hier wirklich belustigend und ihr dürft diese Angriffe auch nicht ganz so ernst nehmen denn dann kommt auch schon mal sowas vor dass der Avatar sich so einen vornehmen darf hier ja ist ja mal nicht schlecht und ihr seht das hier links rechts oben 1.Avatar ja ich bin hier an 1 gelistet schon seit 30 Ks glaube ich das liegt einfach an unserem Clan dass ich zwar Elva unter mir habe das sind aber Elva NGs und da ich natürlich einen Vollausbau habe also mit Infernus und allem drum und dran bin ich etwas höher gerankt im Moment als meine Rathaus 11 Kollegen zu Anfang konnte ich da überhaupt nicht mit leben allerdings wurde mir dann natürlich schnell gesagt du mach mal das was du meinst wir rocken das oben schon ja ok also habe ich hier die vier gemacht ganz ich denke ganz easy peasy und auch hier wird euch sicherlich was ausfallen ich kann ja meine Truppen erstmal ganz locker rennen lassen da lebt ja im Moment nichts mehr aber ich habe noch 26 Hox 4 Heilzauber und ich habe meine Clan Burg ja doch die hatte ich schon gezückt da waren so ein paar Bohler drin naja dann geht das jetzt mit der Schweinerei durch die Base weiter und auch diese Base hatte ja kein Inferno also musste ich da nicht ganz so super drauf acht geben von wo spamm ich eigentlich meine Hog Rider habe ich habe es trotzdem auf zwei Stellen hier reingebracht und ich glaube das war auch ganz gut so denn ihr seht das gerade in der Kanone oben ein Hog Rider hat die Kanone nur abgelenkt und der Rest macht die Kanone einfach platt so soll das eigentlich auch sein und von daher ist das glaube ich eine ganz gute Sache ihr hört das vielleicht ich bin ein bisschen heiser ja das liegt daran dass ich immer noch ein bisschen angeschlagen bin nachdem meine Armgeschmerzgeschichten alle weg waren ist mir das ganze irgendwie in Kopf, Kiefer, Rachen und so gezogen deswegen bin ich im Moment so ein bisschen sprachlich eingeschränkt aber ist nicht so schlimm ich wollte unbedingt für euch eine Folge bringen da ich jetzt zwei Tage ganz darauf verzichtet habe euch irgendwie mein Gekräkel mein Gekräkel anzutun und deswegen musste ich diesen CK aber in jedem Fall aufnehmen denn er läuft mir raus weil wir schon wieder aktuell in seinem CK sind und dazwischen schon eine CK hatten das kommt dazu und im Moment bin ich auch wirklich rar was alle anderen Sachen angeht Discord und so also alle die alle die wir uns lieb haben auch auf Discord und anderen sozialen Medien seht mir nicht nach ich bin im Moment ein bisschen kurz um und noch leicht angeschlagen und auch hier im 11er Bereich also 11 auf 11 11 ohne Adler das haben natürlich unsere Leute auch nicht aber dieses schon eine ziemlich starke Elfer Bessie ich habe zwei Sterne aufgeholt mit meinem Zehner was auch nicht schlecht ist also nach der vier durfte ich die eins machen das war auch in Ordnung ich habe zwei Sterne geholt ich glaube mit einem mit einem Falcon zwei Sterne auf die Elfer Bessie ist für mich absolut in Ordnung also mit Queen Walk ein paar Bohlen ein bisschen Beiwerk und mit Masse Walküren habe ich zumindest das Rathaus und über 50 Prozent geschafft aber der Sascha hier hat das glaube ich noch ein bisschen besser gemacht gegen die Base und ich glaube jetzt fällt es euch auch so ein bisschen auf der Gegner hatte keine Clanburg der Gegner hat keine Clanburg gehabt und das hat jemand sehr gut beobachtet manchmal sieht man das ja gar nicht aber irgendjemand hat sehr starkes Auge hier auf die gegnerischen Bases gehabt und hat dann festgestellt Mensch der Clan Level oder der Clan Just Champions Clan Level 10 hat hat vergessen hier die Burgen zu füllen und dann ein bisschen einfacher macht es das ja es werden überhaupt keine Truppen aufgehalten du kannst einfach sowieso ein bisschen so deine Truppen so ein bisschen spammen wie du gerne möchtest und das hat er hier an der Stelle auch gemacht gegen den 10 halber so ist es glaube ich dann ohne Adler ohne Inferno Türmer und ist hier glaube ich ganz gut durchgekommen aber das witzige eigentlich dass sich jemand hier an Spaß erlaubt hat das zeige ich euch jetzt nach dem Angriff hier aber hat er gut gemacht hier nachdem ich zwei Sterne rauf geholt habe noch mal getoppt auf drei Sterne ist natürlich super gar keine Frage und ich jetzt fast ich jetzt fast erwartet ja ich jetzt fast erwartet bin auch eigentlich ganz zufrieden hier mal jetzt erstmal Clan Spiele mit die mache ich auch zu Ende und dann gucken wir mal wo die Reise mit dem Avatar hier hin geht aber erst mal gegen die Reise hier auf ja das sehen wir jetzt mal auf 45 Sterne ja 45 1 ja also alles alle auf unserer Seite drei Sterne und jetzt ich zeige euch mal den Gegner also der Gegner hat ja immerhin einen Angriff gemacht auf mich nämlich ich habe das Rathausort draußen also die zwei Prozent sei ihm gegönnt und wir gucken mal in das Profile Visit und dann gucken wir uns den Clan mal an also der hier scheint ja tatsächlich ein bisschen aktiv zu sein aber wenn ich mir jetzt den Rest so anschaue wir haben das so ein bisschen an den Spenden gedeutet und auch an der Abfarmung des Clans denn der erste hier ist immer noch der sieht seit Tagen so aus und deswegen hatten wir so ein bisschen das Gefühl dieser Clan macht irgendwie nichts und da hat sich einer ihr seht das hier Null Spenden 0 0 0 keine Liga keine Liga da hat sich jemandem Spaß erlaubt und hat ja einfach mal einen Clan Krieg gestartet okay gut für uns nette Punkte danach den Clan Krieg haben auch leider wieder büßen müssen also wir sind dann wieder auf den auf dem Boden der Tatsache gekommen mit 52 54 der war in Ordnung der neue Clan Krieg läuft bereits und ihr seht das hier so ein bisschen mein RH10 ich würde nicht sagen neigt sich zur Neige aber in so ein paar Stunden nehme ich in 13 Minuten ist hier mein Baby Drachen fertig und eigentlich wollte ich danach die ach komm Leute wir lassen uns mal nicht nutzen wir nehmen das ruhig mal ich muss das nicht ich muss das nicht wirklich nehmen wir nehmen den hier jetzt mal für sechs Tage und jetzt habe ich zwar kein Elex mehr und auch kein Buch mehr das ist aber nicht so schlimm das Buch kriegen wir wieder rein und das kann hier ruhig ein bisschen laufen denn ihr seht das hier ich habe auch nicht mehr ganz so viel an Truppen am Laufen das kann ruhig nur laufen denn meine Defense braucht diesmal hier bei diesem Account etwas länger und auch meine Helden das habe ich beim Thorsten Account etwas anders gemacht wo wir schon mal hier sind besuchen wir mal eben Dorf jetzt muss ich mal jetzt muss ich mal eben die Tag noch mal raussuchen und es ist erstmal mein Leerzeichen es ist der Asterix vom Clan Esgarod er ist ein Rathaus Level 10 und schrieb ob ich nicht ein zwei Tipps für ihn hätte ja den ersten Tipp habe ich jetzt gleich für dich Asterix deine Helden sind wirklich mau für ein Rathaus 10 muss ich einfach mal so sagen da nehme ich auch kein Blatt vom Mund der Golem nicht gelevelt auf Rathaus 9 die Schweinereiter auf 2 keine Walküren du hast den Sachen gemacht okay auf 4 jetzt hast du deine Luft Truppe okay man kann sich auch Luft Truppen einschließen wir gucken uns das Dorf einfach mal an und er greift aber auch nicht mit Luftruppen an sondern er greift mit den Truppen an die er noch nicht mehr gesagt nämlich Golem Bohler und ein paar Heiler also er ich da tue ich mich ein bisschen schwer wenn ich dir Tipps gehe aber ein Tipp den setzt jetzt gerade um dass du die Clanburg immerhin schon auf 35 Truppen bringt das ist super und ich glaube aber der Account hier war ein RH 9 Maxed Out Account das ist auch gut so aber die Leute haben halt so wie Asterix auch keinen Bock die Helden weiter zu machen und es wird aber im Rathaus 10 Bereich nicht einfacher auch mit wie viel hat er schon er hat schon 225 Truppen immerhin ein Lager hat er schon durch da oben geht das nächste Lager ja das sieht von der Seite her aus gesehen sieht das schon mal sieht das gut aus habe den dritten X-Bogen hier schon auf Level 2 raus also ich denke alles richtig gemacht die Base hier hält sicherlich auch hier oben ganz ganz gut 147 CK Sterne mach so viel CKs spielst du glaube ich auch nicht also ich kann dir nur einen Tipp geben hau die Helden rein ist einfach so lass den anlass das andere Gelumpe hier sein Farm Dunkles auch ganz 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 weit unten in dunklen Ligern und ziehe die Helden ich hätte fast gesagt so mal auf Level 30 nach dass das wäre so mein Tipp ich weiß das dauert jetzt Wochen entweder muss man Gemmen Helden Bücher einsetzen oder man muss einfach die Geduld haben aber so ist das mau ist das ein bisschen mau und ich hätte ein bisschen gewartet mich ich wusste jetzt auch nicht was auf mich zukommt also das wären so meine zwei drei kleinen Tipps Tipps zu so einer Base kann ich eher weniger geben ihr seht das selber die ist ja sehr stark im Ausbau ist auch schon ein bisschen was auf Rathaus 10 Niveau ist auch sicherlich nicht schlecht aber auch einfach nicht weiter aus sondern lass deine beiden Helden laufen denn das sind die beiden Figuren zum Erfolg und was mich eigentlich hier zum Erfolg führt ich weiß jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich jetzt in den Kommentaren schreiben Toto du hast für 14 Minuten gerade ein Buch verbraucht ja das habe ich ganz bewusst gemacht weil ich wollte das was ich wirklich vermeiden wollte ich wollte nicht dass die 14 Minuten auslaufen lassen um dann den Miner schon auf 2 zu ziehen um dann nichts zu haben dann wäre mein Labor nämlich nicht gelaufen und ich möchte bei meinem R10 es jetzt doch ganz gerne haben dass mein Labor einfach ein bisschen weiter läuft und dass wir hier jetzt noch ein Gegner finden ja ich glaube der erscheint alles ganz gut er hat ein bisschen er hat vor allem Elex für mich denn ich muss ein bisschen Elex haben weil ich heute noch im CK angreifen muss und hier die außenstehende verlockende Queen die hat es mir ein bisschen angetan muss ich sagen da gehe ich auch ruhig mal mit meinen Riesen rein einmal ein Packer gezogen und dann ist die Queen mit One Hit hier denke ich mal Geschichte die schon mal weg ich nehme mir ruhig noch meine Clan Bug mit rein denn ich habe so eine ganz dösige Clan Bug gerade die habe ich aber auch eben nur angenommen weil jemand ein Clanspiel hatte und ich habe ihm einfach den Gefallen getan und habe gesagt pass mal auf du kannst mir die Truppen gerne abnehmen und dann geht das hier jetzt in die Mitte hoffentlich nachkommen müssen ja gehen die Mitte eigentlich müssen die gar nicht in die Mitte die müssen ja eigentlich gar nicht rein oder der Packer geht ja schon mal hin okay der Packer Schriftungszauber und wir wollen das dunkle wir wollen das dunkle erhalten das kriegen wir auch jetzt muss mal gucken ist da oben noch ein Packer bei ne ah ok hier rennt noch ein Packer rum alles klar und zünde ich mal eben den King dann kann meine Queen vielleicht noch den Entferno da weg machen gucken wir mal aber ich wollte ja so ein bisschen sowieso das außenrum haben ja manchmal willst du das außenrum da musst du gar nicht in die Mitte meine Queen zu spät geklickt meine Queen erwische ich jetzt auch ist aber nicht ist nicht so schlimm ich glaube wir haben das meiste gekriegt an Elex vor allen Dingen denn das war jetzt gerade Ziel also wie gesagt ich habe jetzt gerade das Buch hier für 14 Minuten genommen das habe ich ganz bewusst so gemacht alles in Ordnung Leute das war mein Plan das ganz kurzfristig zu nehmen denn wie gesagt hier mit dem Account kann das Labor ruhig ein bisschen laufen denn ich fahre so viel gar nicht nach hier deswegen sind mir diese Bücher eigentlich mal die sind ich will nicht sagen sie sind ganz über aber ich hatte halt noch eins und jetzt habe ich verbraucht mein Miner läuft jetzt ganz gemütlich hier erst mal acht Tage in den acht Tagen habe ich jetzt Zeit 6 Millionen nachzufahren das sollte mir irgendwie gelingen denn ich habe auch so ein bisschen was hier in der Treasury das holen wir mal raus dann haben wir auch 8 Millionen Gold und ich sage ja immer gerne wir können uns unattraktiv machen ich würde sagen wir nehmen den Archer Toy hier für acht Tage unattraktiv machen und ich hoffe es hat euch gefallen dass ihr mal wieder was von mir gehört habt ich konnte euch ein bisschen was zeigen also wie gesagt ich bin hier in dem Clan Pasha Prime mit dem Avatar aber schon seit mehreren Tagen ich will nicht sagen seit über oder schon seit fast zwei Wochen der eine oder andere hat es vielleicht nicht gewusst und hat mich aus den Augen verloren ich hoffe ihr habt mich nicht aus den Augen verloren und ich sehe euch das nächste Mal oder ich höre euch oder ihr hört mich das nächste Mal mit etwas besserer Stimme bis dahin euer Toto Clasht